Horses in Dreams meets Italy. Das assoziiert man natürlich mit Sonne und schönen Temperaturen. Es ist noch ein bisschen frostig, da muss man die Stimme so ein bisschen schonen. Hier sind unsere beiden Voices, die Hauptsprecher hier im großen Kolosseum. Stefan Krafcik, schon seit vielen Jahren hier. Hat die Stimme so ein bisschen gelitten ob der Temperatur? Überhaupt nicht. Ich bin gerade aus dem Bett gekommen. Also insofern ist sie noch gewärmt. In diesem Jahr haben wir das italienische Motto. Hast du dein italienisch ein bisschen aufgefrischt? Nee, ist nicht nötig. Als gelernter Sänger kann ich italienisch. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, was heißt ich kann es? Aber das, was man braucht, das kann man. Und ich freue mich auf die Pasta. Ja, und sein Berufskollege Christian Graf Plettenberg aus dem österreichischen, irgendwie besonders vorbereitet für die italienischen Momente hier? Nein, muss ich nicht, weil für alles, was schwierig ist, habe ich Stefan. Fraternit, Italien, 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 Säde, 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 Säde.